Ja, liebe Freunde der Zockerlounge, herzlich willkommen zurück hier bei Herd of Gold, dem Addon von War for the Overworld und wir machen weiter mit der zweiten Mission. Der Beschwörungsstein Road. Suche den Stein, mit dem der Koloss herbeigerufen werden kann. Okay, soweit so bekannt, genauso wie in der letzten Mission. Let's go. Welcome to Road, Kasita. The surface of this land was once a great rootway between the mainland of the Empire and the Dukedom of Phaestus. The Duke destroyed it after the Emperor's Defeat to the Underlord Oberon. But the ancient underground pathway remains intact and is home to many ancient feasting artifacts. If Mandalf is to be believed, one of them contains the summoning stone of the Kolossus. Secure and claim each altar so your minions may unlock the artifacts for you. Okay, werde ich tun. Commence your hunt for the summoning stone. Dann schauen wir mal, da können wir uns durchspringen. Remember to use constructs to aid your expansion. The outpost can claim neutral territory, separated from your main dungeon and the underminer will blast through Brimstone. To cross lava, you can use the volcanic bridge spell instead of spending gold on stone bridges. You cannot claim the road here. It is protected by a powerful defensive charm. The stench of Mandalf the Gold lingers on. But his gateway charm does not reach this far. So you may now use underworld and beast gateways to your heart. Okay, diesmal kann ich mir Kreaturen holen, sehr schön. Okay, keep your wits about you. You have discovered a gateway. You have found a neutral chamber. Okay, auch nicht das Schlechteste. Wo bauen wir denn unser Versteck hin? Da oben vielleicht? Hier bauen wir eine kleine... Hm, was reicht's denn, klein zu bauen? Ähm, Trainingsraum? Hm, da können wir eine Taverne reinbauen, ne? Aber jetzt brauchen wir erstmal... ...eine Hühnerfarm und ein Versteck. Oh, da kriegt man auch gleich Kreaturen, sehr schön. Links, rechts, links, rechts, was? Okay, zimmern wir mal hier die Hühnerfarm rein. So. Hier ein Versteck. Und jetzt haben wir schon wieder kein Geld. Und jetzt brauchen wir schnell eine Bibliothek. So viel reicht's noch. Okay. Zack, räumen die gleich mal auf. Na, macht der, okay. Sag mal, und da ist auch wieder was. Also hier geht's ja ab. Bibliothek brauchen wir schnell. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Lava, Lava, Lava. Was geht denn hier ab? Okay. Okay. Okay, das reicht aber auch erstmal. Also zacken wir mal hier das Gold weg. Grab doch auch mal um das Portal rum. Ähm. folgendes. Und als nächstes. Nee, halt. Ach, egal. Ähm. 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 Wir müssen die Bibliothek noch erweitern. Und hier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Machen wir es halt so und das würde gehen. Machen wir hier eine Tür und da ist ja dann eh eine da. Das Ding können wir eigentlich mal sprengen. Watz. So. Wie viele Zauberer haben wir denn? Zack, zack, zack. Wo können wir denn... Wo könnten wir denn eine kleine Schatzkammer reinbauen? Eine kleine, eine kleine Ansichtssache ist, ne? Könnten wir aber auch hier. Reißen wir den noch weg. Fünf. Den heben wir auch gleich noch aus. Und eigentlich können wir das dann hier auch machen. Drei, vier, fünf. So. Hier müssen wir wieder was sprengen. Okay, okay, okay. Was brauchen wir hier rein? Wie wär's denn mit einer coolen Biesthöhle? Können wir auch noch ein bisschen erweitern. Aber hier... Ja gut, dann wird's halt durchgesprochen. Kommt der zu mir? Ist der auf dem Weg zu mir? Ich hoffe's nicht. Oh, hier wird gekämpft. Das wollen wir aber nicht. Da sind Wächter, ne? Die müsste ich eigentlich alle... Kommt mal rüber. Wo lauft ihr eigentlich hin? Deine Minions sind unter Attacken. Gnarling, verloren. Verdammter Mist. Alter, Kleine. So, haut die Wälder um. Gut. Problem gelöst. Weiter geht's. Lauft ihr zu mir oder was? Naja, jetzt lauft der erstmal... Gegen die Wand. Da oben ist noch so ein Ding. Okay. Wir bauen einfach mal unseren Dungeon weiter. Wir wollten eine Schatzkammer bauen. Da war was. Und dann machen wir mal hier drin ein bisschen das Gold weg. Da bauen wir eine neue Wände hin. Einfach, dass wir das mal effektiv abgebaut haben. Apropos Erde bauen. Zack, zack, zack. Und hier auch. So, Biesthöhle können wir ein bisschen vergrößern. Hier noch. Hier noch. Und hier auch noch. Na, wirst du wohl. Auch hier hin. Und er tut schon ein bisschen forschen. Nur zu, was kriegt man hier eigentlich? 25.000 Gold. Oh. Okay, okay, okay. Bau mal was zum Sprengen hier hin. Hier können wir eigentlich auch Schatzkammer reinbauen. So. Und dann bauen wir wieder ein bisschen Erde zurück. Okay, gefällt mir. Sieht doch schon wieder ganz ordentlich aus. Das hier gefällt mir nicht. Und das hier auch nicht. Und der Zahltag macht mir auch noch keine Angst. Also soweit alles gut momentan. Halt, der muss weg. Hier habt ihr wieder was vergessen. Hier ist Super-Sägel. Okay, nächster Raum. Was brauchen wir? Hier wäre es mit einer Arena. Schreibt mal was frei. Das war's schon wieder mit dem Freischalten. Und hier machen wir Boom. Jetzt verruft es mir wahrscheinlich wieder meine ganzen Wände. Come on. Wie schaut's denn hier aus? Hast du Spaß? Machst du überhaupt irgendwas? Ah ja, 82 Prozent. Okay. Dann checkt mal ab, was hier geht. Ein Haufen Gold offensichtlich. Ähm. Ja. Ist hier noch was? Oder hier ist ja eher Kartenende. Wie immer halt, ne? Out of mana. Okay. Koloss Beschwörungsstein öffnen mit einem Klick. Okay, was passiert? Oh, der ist mal gestorben. Gut zu wissen. Das nächste Mal tun wir alle Kreaturen da lieber mal weg. Da ist noch einer K.O. gegangen. Tu den mal retten. Beziehungsweise ihr könnt ja gleich mal hier reingehen. Und trainieren. Habt ihr Zauberern nix zu tun? Ne, habt ihr nicht. Dann könnt ihr auch mal eben trainieren gehen. Ihr habt ja auch nix zu tun. Und die Beastmaster, die können auch mal trainieren. So, dann bauen wir jetzt eine Handwerkskammer halt. Fünf mal fünf. Haben wir das Ding auch erledigt. Das geht hier noch rein. Vier. Immerhin. Vier mal vier Raum. Äh, vier mal fünf Raum. Sorry. Und hier. Genauso. Ne. Hier geht nix rein. Dann hüllen wir den doch einfach mal aus ein bisschen. So. Und hier können wir uns runtersprengen. Schauen wir mal, was hier noch so geht. Okay. Den holen wir uns. Als nächstes. Gold bitte weg. Gut. Da können wir was größeres reinbauen. Und da könnten wir eine Kruft reinbauen. Da habe ich Bock drauf. Genau deswegen. Hallo Necromancer. Da bauen wir eine Garnison rein. Gibt auch eine geile Kreatur. So. Dann checken wir mal. Hier würde ein 3x3 Raum reingehen. Das war es dann aber auch schon. Dann lass uns doch das hier komplett als Schatzkammer machen. Was ist das denn hier? Für eine Gelumpe? Nö. Nix freischaltbar. Okay. Biesthöhle maximal ausgebaut. Bibliothek maximal ausgebaut. Äh. Ding nicht. Ja. Ja. Graben mal weg. Erstmal die Mine setzen können. Die Bombe setzen können. So. Boom. Hallo Ogor. Herzlich willkommen. Hm. Hier könnte ich mich auch rüber spüllen. Remember to use Constructs to aid your expansion. Was? The Outpost will claim all tiles in a small radius around it. And will prevent those tiles from being claimed by the enemy until it is destroyed. It's ideal for claiming new territory far from your dungeon. So you can extend your reach. What a hovel. Okay. Hier hin. Und hier bauen wir vielleicht noch eine Erde hin. Und dann können wir die Kruft noch ein bisschen vergrößern. Wunderhübsch. Gefällt mir. Hier bauen wir noch ein bisschen Schatzkammer. Und hier geht wieder ein 4x4. So. Beziehungsweise macht mir das Gold einmal weg. Hier hängt auch noch Gold drin. Also Gold in meinen eigenen Mauern kann ich natürlich nicht brauchen. So. Nächste Bäm. Mine. Und hier könnte ich mich auch reinsprengen. Gut. Machen wir auch gleich. Aber erst gucken wir noch ein bisschen. Oh. Hier gibt es was Schönes. Und hier kann ich mich auch hoch sprengen. Okay. Drei. Vier. Fünf. Hier können wir dann... Das können wir aufmachen. Ne. Müssen wir hier sprengen oder was? Hier möchte ich gerne meinen Schlafsaal noch erweitern. Okay. Und das ist auch nicht so der geile Raum. Gucken wir mal. Hier muss wieder eine Wand rein. Hier. Hier. Und hier. Hier. Wie schaut's hier aus, Buu? Ist doch schon ein schicker Dungeon. Ich bin total zufrieden. Okay. Dann bau doch mal... Sprenge ich mich? Ach, warten wir mal noch mit Fallen. Brauche ich eigentlich gerade gar keine. Ein Gefängnis oder eine Folterkammer wäre jetzt cool. Aber hier. Na so. So. Hier geht auch kein 5x5. Ach, ist doch kacke. Dann spring mal... Hier. Wie schaut's hier unten aus? Wieder springen. Sehr lustig. Entdeckung vermeiden. Vermeide es, den Feind auf einer Anwesenheit aufmerksam zu machen. Du musst ein Außenpostbauwerk errichten, um dein Dungeon über die nicht zu vereinnahmten... Was? Falls ich die Straße hinweg zu... auszudehnen. Okay. Ich brauche... Die Außenpost wird alle Teile in einer kleinen Radius rundherum verhindern. Und wird diese Teile verhindern, dass die Teile von dem Feind aufgeräumt werden, bis sie zerbaut werden wird. Es ist ideal, dass die neue Territory weit von deinem Dungeon übernommen werden. So können wir... Okay. Sollen wir mal sowas bauen? Schrauben die Ecke! Brauchen wir halt mal... Keine Ahnung. Ach, lass mal. So, Boom. Achtung. Ach, hier können wir ja dann auch noch... Gruft erweitern. Wie viele Necromanse haben wir denn gekriegt? Drei. Sehr schön. Was treibt ihr so? Ich hoffe, ihr trainiert. Und dann machen wir hier die Wand weg und machen hier ein Gefängnis rein. So. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann gehört hier eigentlich auch Erde hin. Und der Gegner weiß noch nicht mal, dass ich da bin. Das ist doch cool. Gruft Gefängnis. Hier hin. Und jetzt hätten wir gerne eine wunderhübsche Folterkammer. Wunderschön. Und da gehört dann auch wieder Erde hin. So. Und unser Versteck ist sicherlich schon gut gefüllt. Yep. Jetzt habt ihr mega Platz. Und hier... Ach komm, da reißen wir auch die Wand weg. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Wie schaut's hier unten aus? Ach so. Da müsste ich jetzt... Hm, jetzt hab ich hier ein Gefängnis. Kann ich die dann... Wir werden das rausfinden. Schnapp dir die Brücke. Ähm. Na. Und dann... Attacke. Attacke. Und los geht's. Kann man die... Kann man die klauen? Kann man die ins Gefängnis stecken oder verrennen? Kann man die? Keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Als ob ich die... Großartig bei mir... Ähm. Der löst sich einfach auf. Okay. Danke. Ihr dürft wieder gehen. Und dann können wir uns... Dann können wir uns hier unten... Na, habt ihr nichts zu tun? Dann geht trainieren. Hier unten weiterspringen. Der wird's ja wohl nicht sein. Das war ja ein bisschen kurz, der Mission. Ähm. Zauberspruch. Hier. Okay. Steht denn hier eigentlich die Mine noch? Und die verkaufen? Ja. Nichts wird verschwendet. So. Böser Blick. Wo bist du? Da gibt's irgendwas Level 10 für mich? Ein Necromancer. Geil. Wollen wir natürlich haben. Und da ist der nächste. Okay. Das heißt... Eine Brücke hier runter. Und die nächsten Springkörper hier hin. Wo? Du Depp. Aber das optionale Ziel, das lebt noch, ist doch gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, vielleicht. Was gab's jetzt? Nett. Okay, jetzt möchte ich gerne mein Casino erweitern. Wo bist du? Hier. Damit ihr schön chillen könnt. Und der Weih kann man hier bestimmt sprengen, ja. Beziehungsweise ich verkaufe jetzt mal kurz die Brücke hier. Und drück drauf. Remember to use Constructs to aid your expansion. The Outpost will claim all tiles in a small radius around you. Motherfuck. And will prevent those tiles from being claimed by the enemy until it is destroyed. It's ideal for claiming new territory far from your dungeon so you can extend your reach. Ist das ein böser Gegner? That was not the summoning stone. But you have found a family of micro piglets. Oh cool. Oh cool. Das ist meine Kreatur. Porczilla. Geil. Geh das jetzt von alleine hier weiter. Und jetzt? Toll. Ich hab's gebaut, okay? So, hier bittet ihr nichts. Was haben wir hier noch? Cluedriss. Ähm, Schutztotem. Ja, brauchen wir nicht. Goldstrudel brauchen wir nicht. Okay. Okay, den brauchen wir wohl auch nicht. Hä? Was ist alles schon in die Luft geflogen, oder was? Was ihr alles fühlen könnt? Die Art von Filz. Wie können sie dieses schäferes Lüge desecratieren? Soldaten von Feastus. Find dieses Schäfer. Und presenten sie mit minimaler Verzweiflung. Okay. Okay. Hier müssen wir aber springen. Und hier brauchen wir jetzt eine Brücke. Na? Die will nicht. Warum will die nicht? Come on. Und das Schwein muss natürlich auch mitkämpfen. Pixella, let's go. Hau rein, Pixella. Na, geht bei dir was? So, können wir daheim gehen? Und der Totenbeschwörer bleibt gleich da, oder wie? Kannst du das auch? Alles klar. Ja, wunderhübsch hier. Okay, hier würden wir uns jetzt zu ihm reinsprengen, und das wollen wir ja nicht. Englisch noch nicht. Gut. Dann schauen wir mal hier oben weiter. Ah, hier können wir Räume bauen. Sage mal. Was bauen wir da hin? Was haben wir denn noch nicht? Ein Alchemie-Labor. Schon mal ein Beispiel. Ein Heiligtum haben wir auch noch nicht. Hier, Dingsbums. Wo ich immer noch nicht mal weiß, was es ist. Aber ist ja wuscht. Das war teuer. Dann reißen wir mal hier wieder Goldwände ein. Alles Gold. Und bauen sie wieder auf. A Witch-Doktor. Ja, wollen wir haben. Was tust du da? Da stirbst du doch nur. Verdammt ne Axt, was tust du da? Ja, war zu erwarten. Hier kommen sie nicht durch. Okay. Dann checken wir mal hier oben weiter. Und hier... Graben wir uns dann auch zu ihm rein. Soviel dazu. Ja, packen wir mal dich weg. Piggy. Piggy, geh mal zu dein... Deiner Familie. Hier. Okay. Und boom. Was gab's? Gegner. Und du hast ihn verraten, dasselbe. Geht's hier um. Habt ihr getan? Gut. Ihr mal alle hier rein. Ihr mal alle... Oh, er ist zu groß. Äh, zu klein. Äh... Gar nicht so einen Hammer schon. Dann brauchen wir eigentlich noch... ...ein Tempel. Und dann fehlt nur noch ein Alchemielabor. Sehe ich das richtig? Wo ist denn mein Portal? Wie viel hast du denn? Oh, wir haben hier. Zack. Auch mal fertig. Äh, Gold hab ich keins mehr. Okay, gut zu wissen. Wie viel Prozent hast du ausgespuckt? 65. Jetzt können wir ja mal hier so einen... ...meine ich auch. So, hier graben wir auf. Hier brauchen wir wieder jede Menge Erde. So. Weg mit dem, die Lumpel. Wie lange spielen wir denn schon? Eine halbe Stunde. Dann haben wir noch nicht gekämpft. Auch interessant. Ja, schau mal an. Wie jetzt? Ich kann dich nicht foltern. Oh, shit. Das war wohl nicht so gut. Oh, shit. Jetzt kannst du ihn auf den Friedhof bringen. Oder auch nicht. Nicht. Okay. Ölmine. Und apropos, wo baue ich mein Gebäude noch? Viel Platz habe ich ja nicht mehr. Ich habe sie dann auch ausgereizt, jetzt. Sprengen wir mal noch ein bisschen Platz für... ...ein Labor. Hier. Ja, aber das bringt mir doch gar nichts, mein Gott. Es ist ideal für eine neue Territory, ...far von deinem Dungeon. So, du kannst du deinen Geist. Ja. Die Outpost wird alle Tiles in eine kleine Radiusz um ihn. Und wird die Tile von den Tiles bemerken, ...durch es wird verletzt. Es ist ideal für eine neue Territory, ...far von deinem Dungeon. Okay. So, du kannst du deinen Geist. Okay, wer kämpft noch gut? Ihr vielleicht. Das kann man hier weggraben. Macht man alles weg hier. Okay, ihr könnt wieder gehen. Ja, ich bin noch nicht da, ich weiß selber. Ähm, Alchemie Labor, hier machen wir dann so. Und jetzt haben wir auch einen Kesselknacker. So, jetzt haben wir alles gebaut, oder? Hammer, 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 Hammer. Haben wir? Ja, 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 ja. Supi, alle Gebäude. Jetzt könnten wir noch ein bisschen Geld freischalten. Okay. Ich würd gern mal euch trainieren sehen. Genauso wie ihr. Mache ich, wenn hier alle weg sind. Vor allem ein komisches Schwein. Immer pennen. Ja, verzieht euch, komm. Cool, dann könnt ihr auch gleich mal trainieren gehen. Okay, was können wir noch tun? Jetzt können wir uns hier reinsprengen. Tja. Scheiße auf optional. Ist mir viel zu stressig. Hier wäre der Nächste. Okay. Und im Prinzip sprengen wir jetzt hier auf. Warte mal auf. Wir möchten hier eine Mühle-Mühle hin... Geht noch nicht. Okay, aber hier geht eine. Und dann ist mal gut. Was ist mit euch los? Ihr wart wohl trainieren. Ihr wart wohl trainieren. Und dann bauen wir halt mal so ein Ding. Irgendwo habe ich auch ein Impfverloren. Ja, weh. Das war jetzt aber keine erfolgreiche Sprengung. Dann nochmal. Boom. Und jetzt testen wir einfach mal diese... Das kann ja nur hier Sinn machen, ne? Und los geht's. Und los geht's. Natürlich ist jetzt Zaltar. Das ist doch immer Sinn. So, den Zauberer können wir hier ein bisschen heilen. Oh ja, noch ein Minion verloren. Das geht gar nicht. So, und hier darf wieder alle heim. Und gehört mir jetzt die Brücke? Die kann ich gar nicht einnehmen, oder wie? Aber ich kann doch bestimmt hier jetzt eine Wühne-Mine setzen. Perfekt. Oh Mann, ihr seid doch so doof. Boom. Hier baut ihr immer noch so eine Frosttür hin. Let's go. Baffu, lost. A Minion is unhappy because it cannot find its pay. Wo ist denn ein Superpick? Na? Glacial Door, complete. So. So. Ach, jetzt will ich hier einen Außenposten hinbauen, oder was? Geht auch nicht. Hey, hier ist noch einer. Komm. Und hier ist auch noch einer. Und hier oben sind zwei. Und der braucht dringend Hilfe. Und jetzt können wir uns auch gleich mal in unser Gefängnis reinziehen. Da ist bestimmt einiges an Action geboten. Bingo. Schnapp mal unsere Jungfrauen. Wo haben wir sie? Zwei Stück. Na? Wo seid ihr? Jetzt gibt's Arbeit für euch. Your Gateways have attracted as many Minions as they can. Okay. Klaim more to entice more into your own. Okay. Shadow lost. Ne, geht mir doch hier drauf. Was soll denn das hier? Nö, da hab ich schon gar keinen Bock drauf. Wie komm ich denn jetzt... Wie komm ich denn jetzt hier dran? Ein unbekanntes Gebiet, der in seinem Anflussbereich ist. Okay. Dann bauen wir hier noch eine Schutzwall hin. Aber im Prinzip brauche ich euch jetzt wieder geschwind hier. So. Sollte reichen. Da fehlen doch schon zwei. Habe ich schon zwei eingenommen? Tatsächlich. Ich frage mich immer noch, wie ich jetzt hier weitermache. Ach ja. Wir springen einfach noch eine Stelle auf. Ist das schlau? Ja. 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 Ich denke mal, ich muss meine Kreaturen dahin latschen lassen, dass ich das sehe. Ich habe auch kein Gold mehr, mal davon abgesehen. Ich habe auch kein Gold mehr. Ich habe auch kein Gold mehr. ok wir brauchen ein bisschen... wir brauchen ein bisschen... sollte mal reichen und zurück das gibt es doch nicht neue gefangene neues geld die geht noch so ein witch-doktor du hier so wir bauen hier eine türe rein hey das gibt es doch nicht und wieder sprengen ok wie schaut es hier aus ich schick mal euch mädels hier rein und machen wir noch ein bisschen gold dich brauchen wir nicht alles schön in gold verwalten attack den kann ich verkaufen hier bauen wir noch irgendwas cooles hin so so dann seid halt ihr jetzt meine gold produktion so geht heim und du gehst da rein das ist ok und wir sprengen jetzt mal hier oben let's go tun wir was war das ok dann packen wir mal heran und weiter geht's ganz schlecht jetzt ganz schlecht jetzt ganz schlecht jetzt mein gargoyle ist der fertig ich will die kommen mir ein bisschen zu schnell es hat so ruhig angefangen ok also jetzt habe ich das kapiert ich brauche das ding nicht und da können wir wieder drei imps bauen oh mein prison ist zu small das heißt wir machen wieder ein bisschen gold halt mal dich hätte ich gerne dich und dich jetzt ist wieder platz da und wir müssen schon wieder kämpfen und wir müssen schon wieder kämpfen nicht gut wenn ihr vor lauter kämpfen nicht zu eurem zahltag kommt ist natürlich nicht so geil so wir schnappen uns noch mal die nilis ohne imes habt zu tun was ist hier passiert wie schon wieder das kann man ja noch hin bauen ja und wächter natürlich ich brauche mal ein seel im Grunde ein ghoul hat in deiner crypte ein juggernaut hat in deiner tortur-chamber ich glaube nicht, dass unsere Chancen sehr gut sind ok 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 attacke mikromancer ich hier schneller hier hin hier hin und da kommen schon die nächsten ich fände es scheiße ok aber es muss ja mal irgendwie vorangehen daher machen wir doch mal anders wo kommt ihr her ihr kommt hierher entspringen hier auch auf bum 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 wo bist du mein gefängnis hier gut mein gefängnis hier gut im kleinen braucht keiner jetzt wieder ein bisschen platz was können wir eigentlich hier oben auch noch eine Schatzkamera einbauen was haben wir denn hier irgendwas also zack bum geht das mit dem Zauberspruch oh bis ich die finde hier ist die hier ist die ok klicken wühlmine ja geht so sehr gut du stirbst kann ich gar nichts gegen tun was macht ihr hier hinten ok ok Schwein geht ab level 7 batsch 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 und weiter wie viele minions haben wir noch 14 haben wir irgendwo einen verloren springen wir mal den hier und vielleicht sehe ich ja direkt was beim sprengen ok dann machen wir das so und so bingo bingo hier gibt auch irgendwas hier gibt auch irgendwas hier her rufen und wir sollten was was ach schau mal hier hätte ich mich noch weiter graben können shit shit das habe ich zu spät gesehen ok dann bauen wir die nächste hier hin und ihr kämpft euch mal da runter weil es mir jetzt zu doof ist ja bäm können wir den mal hochnehmen ja ich kann gerade gar keinen hochnehmen ok oh gut spik ok ist bestimmt immer der letzte so machen wir jetzt meine minions die latschen jetzt mal hier runter und wir packen wieder zwei in die folterkammer ja aber zu dem portal komme ich nicht wirklich ne doch von hier unten dann könnt ihr wieder gehen dann könnt ihr wieder gehen also lauft ihr hin doch ich komme zu dem blöden portal was ist das wir haben sie gefunden deine minions sind zu attacken habe ich das ding schon gesetzt ja springen ich gehe da drauf mal gucken was muss was bringen da hinten ist wahrscheinlich auch nur eins ja dann schatzkammern sind alle voll dammit lock mal einen an passiert nicht ok mach du mal dann hier weiter hier kann man wieder irgendwas sprengen pats und ich kämpfe wieder irgendwo ich habe hier gesprengt ich habe hier gesprengt bauern Dingsbums Gebäude hierhin ist wieder Payday ehrlich jetzt dann geht halt halt mal Kohle holen erst von mir aus und der Miner komplett boom so jetzt sollte ich mal wieder reagieren ritter ritter haut drauf oh ich habe ihn geschlagen nein nein was ist destroyed mein Außenposten wurde zerstört der hier dann nochmal nochmal einen und den bauen wir halt hier oben hin boah ich habe nur noch 8 Imps 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Irgendwo wird wohl wieder gekämpft los jetzt hat es mir jetzt hier was gebracht ja jetzt gehört es mir aber ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock den ganzen Weg mit denen zu laufen ist ja lustig ja den brauche ich jetzt ja auch nicht mehr ne meine Minions dürfen mal hier die oh da kann ich dabei springen was ich jetzt wirklich brauche wirklich ernsthaft ist das hier aber halt ihr müsst auf mein Land zurücklaufen sonst macht das keinen Sinn ihr müsst alle auf mein Land zurücklaufen komm schon ok 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 da habe ich jetzt Verluste egal jetzt geht es hier los alles was geht das setzen wir mal hier hin ok die haben wir alle ok da die gehen gar nicht die gehen gar nicht so euch zwei ok was haben wir hier hinten noch und euch noch das muss jetzt mal reichen und jetzt hauen wir uns erstmal hier durch aber im Prinzip will ich ganz woanders hin nämlich hier hier will ich hin so das nervt mich ich hätte ich natürlich hier wahrscheinlich angegriffen oh ich finde hier schon einige ist mir egal ich will jetzt das hier einnehmen ich hätte ein paar Fallen bauen sollen ich hätte ein paar Fallen bauen sollen so so vielleicht komm reißts ein ich sage jetzt nicht das geht nicht das geht nicht super Plan für den Arsch alle zurück Plan für den Arsch alle zurück alle zurück derweil setzen wir hier eine Mine 5 Impi ist nur noch ok da waren es wieder 15 einer kann mal eben die hier bauen du mahdoll ich bin so doof ich bin so doof ich bin so doof ok sehr gut ein Juggernaut ist unhappich Ihr müsst auch viel kämpfen. Ich bin mir schon klar, meine lieben Kreaturen. Ist mir schon klar, meine lieben Kreaturen. Ihr Minions haben in der Krieg. Glacial Door, complete. Ein von Ihren Minions ist nicht glücklich. Shadow, lost. Ah, das ist besser als Training. Oh, cool. Ihr findet ein Neutral Crackpot. Ein von Ihren Minions ist Angst, weil es nicht gebeten wurde. Ihr Minions are revolting against you, Underlord. Bin ich was? Ihr Minions are fighting the enemy. Muss ich hier jetzt echt mal chillen lassen? Was sind denn Revolte wollen wir ja nicht? Ich brauche mal wieder ein bisschen Geld. Welcher Doktor hat er verloren? Einer von Ihren Minions ist nicht glücklich. Einer von Ihren Minions ist nicht glücklich. Einer von Ihren Minions kämpfen das enemy. Dann sollte ich mir die vielleicht mal suchen. Du hier. Hier. Kohle. Okay. Du bist schlecht drauf. Was haben wir hier noch? Deine Koffer wurden veröffentlicht mit additional Gold. Okay. Dann machen wir das jetzt mal ohne Flacke und wir holen nur mal... Deine Minions are rebelling, Underlord. Deine Minions have ended battle. Ich habe das erwartet für das. Das ist deinem Fall. Ich habe das jetzt. Macht ihr das mal geschwemmt hier? Was gab es eigentlich hier cooles? Wo eigentlich? Und wieder muss ich so kämpfen. Doppelwärter werden. Warnbar. Du hast diesen Teil. Und jetzt. Gib dir das mal. Dann geht das mal auf den Flacke. Dann geht das mal fort. Und dann geht das mal auf. Wir gehen die Flacke. Dann, die Flacke. Wir gehen die Flacke. Wir gehen die Flacke. mit euch. Los, los. Mensch, habe ich so einen tollen Dungeon gebaut, ja? Und ihr flennt hier rum. Mal die Untenkohle rein. Musste nicht so weit laufen. Vielleicht sollte ich auch hier... Achso, da habe ich Fallengebaut. Naja, okay. Das war eigentlich hier. Hier wollte man auch noch lang. Und da oben wollten wir auch mal weitermachen. Ja, ich sage auch mal Overlord. Oh. Mist. Ich brauche sechs neue Imps. Naja, zwei tun es auch erst mal. Okay, wurde auch mal Zeit. Ich habe bald keinen Platz mehr, ne? Hey, komm, ich grille euch mal. Ich grille euch mal eine Runde. Hier könnte man wieder ein bisschen Gold abbauen, das kann ich mal tun. Ist hier noch irgendwas? Ich denke, man kann wieder verkaufen. Das tötet nur mein Imps. Ja, schau mal an. Aber ich wäre hier echt so reingekommen. Ohne, dass der mich erwischt. Dann mach doch jetzt mal was vor... Ich weiß, was ich tue. Ich mache hier wieder Erde rein. Und vielleicht hält ihn das dann ab. Aber jetzt muss erst mal das Gelumpe hier wieder weg. Mein was da? Mein Seelenbrunnen? So, das Ding hier. Hau den oben, komm. Ich mache hier einfach wieder zu. Er rennt ja eh nirgendwo rein. Wo geht denn ihr lang? Komm auf, zurück mit euch. Ich verkaufe jetzt die Tür hier. Ich mache Erde rein. Sobald ihr durch seid. Versprechen wir jetzt viel davon. Schnell, mach. Und dann macht mir hier noch ne Mauer hin. Die kannst du von mir aus zerstören. Gut. Dann ist doch da vielleicht jetzt mal Ruhe. Gucken wir weiter. Hier können wir wieder was sprengen. Hier bauen wir mal ne Verbindung. Geht nicht. Interessant. Warum nicht? Schauen wir mal, was die jetzt hier treiben. In dem Eck hier. Mach einfach. Ja, 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 ja. Hier können wir noch ein bisschen Gold abbauen. So, und jetzt geht er weiter, hoffe ich doch. Dann haben wir, wenn ich es hier mal ruhe. Okay, dann schauen wir weiter. Wie viele Minions haben wir noch? Zehn. Welche Außenposten denn? Achso, der. Ist mir egal. Und die Tür brauchen wir auch nicht. Die ist offen, Arsch. So. Und den brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Jetzt haben wir es dann begriffen. Und meine Kreaturen können sich mal wieder erholen. Und hier ist auch nur... Okay. Habe ich eine gesetzt? Noch nicht. Wöhmine, ähm. Komm, hier sprengen wir auch mal. Weil ich es kann. Und ich wollte hier unten gucken. Was geht hier ab? Ja, jetzt gibt es doch keinen Grund mehr, hier unhappy zu sein. Eine Hühlmine, bitte. Und boom. Und boom, gehen wir weg. Check mal hier ab. Und jetzt ist das Ding gebaut. Nein, aber da läuft einer und der wird es auch schaffen. Und gerade sind keine Helden da. Und der Miner, komplett. Deine Kreaturen sind in Kampf. Oculus, verloren. Lauf, bevor die nächsten kommen. Derweil können wir mal wieder was foltern, wahrscheinlich. Oh ja. Ich habe nur noch eine. So ein Mist. Und die will Kohle. Ja, geht weiter. Ciao. Tschüss. Okay. Wir können das tun. Okay. Wir können das tun. ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Schon wieder? Leute. Du bist so doof, Alter. Jawohl, löst die aus. Die sollen ruhig alle hier mal wegkommen. So habe ich mir das vorgestellt. Also ungefähr. Dann können wir doch mal hier ein bisschen kämpfen vielleicht. Jetzt haben wir den Helden technisch schon da. Hallo, hier. was können wir uns schenken können wir noch irgendwo hingraben schein so was wo habe ich ein goldschrein entdeckt du machst schon das gut und dann packen wir noch hier zwei hin okay mach mal wie das war das ja wie äh nee lass mal kommen eine halbe stunden tatsächlich Gute Arbeit, Kasita. Rode bröckelt unter den Rädern deiner Kriegsmaschine. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem Berg Peistos. Dort werden wir das Gold zusammenkratzen, das erforderlich ist, um den Koloss neu zu schmieden. Also los. Und das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Bleibt dabei, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Ciao.